So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke ist es wieder mal Mittwoch. Wrestling ist drauf. Wrestling hat gerade angefangen. Dann hauen die natürlich schon wieder die nächsten News raus über ein nächstes Event, was natürlich an diesem Wochenende stattfindet. Natürlich, natürlich, natürlich. Und ich sehe jetzt schon wieder was Neues, weil begrenzte Forschung mit Flunschlik und Gala Flunschlik. Rechts, das was aussieht wie eine Bärenfalle, ein richtig geniales Pokémon, haben wir schon als Shiny im Spiel gehabt. Links, das Hässliche von beiden, was überhaupt gar keinen Sinn macht, das haben wir noch nicht als Shiny gehabt. Man kann aber, wenn man ein Gala Flunschlik Shiny hat, schon das normale Flunschlik in Shiny sich angucken im Pokédex. Ja, jetzt also ein begrenzter Forschungstag am Wochenende, und zwar am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Bei dieser begrenzten Forschung dreht sich alles um die Falle Pokémon, Flunschlik und Gala Flunschlik. Seid ihr schnell schockiert oder habt ihr Nerven aus Stahl? Das ist keine Falle. Auf euch wartet eine neue, begrenzte Forschung mit Flunschlik und Gala Flunschlik. Darüber hinaus könnt ihr schillernden Flunschlik mit etwas Glück zum ersten Mal im Pokémon GO begegnen. Sammelt unterwegs Feldforschungsaufgaben, um möglichst vielen Flunschlik zu begegnen. Jetzt ist es ja dieses Konzept, was sie mal hatten, was sie auch schon mal gesagt haben, dass früher musste man rumlaufen, Pokestops drehen, am Pokestop hat man eine Aufgabe bekommen, hat die dann erfüllt, musste sich einen anderen Pokestop suchen, hat eine Aufgabe bekommen, hat die erfüllt. Und an jedem Pokestop gab es dann also aus der Aufgabe, als Encounter ein begrenztes Forschungspokémon, je nachdem was da drin war. Perlo war zum Beispiel mal sowas oder Barsch war, genau. Als Corona kam, also Coronas, haben die dann aber euch diese im Heute-Tab die Aufgaben hingebastelt und ihr hattet dann eben 10 Seiten mit jeweils 5 Aufgaben oder so, sagen wir mal 50 Encounter, konntet ihr das theoretisch von zu Hause aus machen, mit Rauch oder mit einem Pokestop-Logmodul, wenn ihr da was in der Nähe habt, konntet ihr das gleichzeitig aber auch trotzdem machen, wenn ihr unterwegs wart, wenn nämlich dort standen, mach so und so viele Würfe und treff drei gute Würfe und fang drei Pokémon oder alles, das konnte man ja trotzdem zusammen machen, wenn man mit anderen unterwegs ist, ein bisschen rumläuft, diese Aufgaben machen, die im Heute-Tab stehen. Also heißt ja nicht, dass man nur in der normalen Form, ganz am Anfang rumlaufen musste, um das zu machen und das andere, da braucht man sich nicht bewegen, man konnte sich ja trotzdem bewegen und man konnte trotzdem zusammen diese Aufgaben lösen und zusammen spielen, hat in meiner Sichtweise her auch einfach nur für Gleichberechtigung gesorgt. Denn es gibt ja jetzt wieder die Leute, die leben im Dorf, die haben nur drei Pokestops. Dann kriegen die an dem Tag drei Pokestops, drei Aufgaben, dreimal einen Encounter. Da wird nicht so viel bei rumkommen. Wäre schöner natürlich, man hätte diese zehn Seiten und kann die abarbeiten. Nach dem ganzen Tag Zeit dafür. Jetzt sind viele Leute an so einem Tag natürlich gleich wieder drauf und dran, zu sagen, gut, ich spoofe, ich gehe nach dorthin, ich mache hier jenes, ich mache keine Ahnung, weil sie sonst gar keine Möglichkeit haben. Das finde ich halt sehr schade. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr für ein Freund seid, ob ihr das gut fandet, dass man da feste Seiten hatte, dass jeder, wirklich jeder, genau die gleiche Anzahl lösen konnte. Oder findet ihr es so besser, dass Leute mit guten Gegenden und vielen Pokestops bevorzugt werden und Leute, wo es nicht so gut läuft, eigentlich gar keine Chance haben. Eigentlich müsste schon allein bei dieser Argumentation klar sein, was eigentlich besser ist und was schlechter. Trotzdem haben wir es wieder so wie beim letzten Ding. Das letzte war ja mit Iskala, glaube ich. Da war die Schein gerade natürlich mega hoch. Das hat also eigentlich einigermaßen funktioniert. Trotzdem wohnt nicht jeder in der Stadt oder hat eine gut ausgebaute Stadt. Das ganze Ding findet trotzdem am Sonntag, dem 23. April 14 bis 17 Uhr eben statt. Ihr müsst Fotoscheiben drehen, dann kriegt ihr also Aufgaben, habt Begegnungen mit Flunschlick à la Flunschlick. Flunschlick zum ersten Mal also als Shiny. Die Chancen auf die Shinies sind erhöht. Zudem gibt es wilde Pokémon, die ihr währenddessen fangen könnt. Wenn zum Beispiel auch da steht, fange drei Boden-Pokémon. Habt ihr da auch eine gute Auswahl, wenn hier Sandan, Dicta oder Quiegel so dabei sind? Also Sandan, Dicta, Skorgler, Quiegel, Funpi, Lavitar, Kamau, Schmerbe, Pupanz, Hippopotas, Rotomurf, die sind alle da, die können auch alle Shiny sein. Und Rotomurf gibt es ja ab morgen, ab Donnerstag auch neu als Shiny in Pokémon Go. Ihr habt also die Möglichkeit, neu das Shiny Rotomurf zu bekommen am Wochenende, während der begrenzten Forschung und gleichzeitig auch neue Shiny Flunschlick mitzunehmen. Es sind eigentlich coole Pokémon dabei, Quiegel immer noch, sehr interessant, Funpi, auch guter Bodenangreifer, kann man so sagen. Lavitar, immer stark, immer genial, Rotomurf, richtig genial, Kamau, kriegt ja auch nochmal eine Megaentwicklung. Und ansonsten war es das eigentlich schon. Ich finde es cool, kam für mich jetzt zu überraschen, das war in der großen April-Ankündigung, stand es ja eigentlich dabei. Weil ich habe es schon wieder verdrängt, weil immerzu was anderes ist, habe ich daran gar nicht mehr gedacht. Aber doch, begrenzte Forschung am Sonntag muss sein. Ich weiß nicht, wie wir das machen, ich weiß nicht, was wir machen, wo, hin und her, was weiß ich, bla, bla, bla. Wir hatten den Sonntag jetzt eigentlich gedacht, okay, wir haben frei, nichts vor, nichts zu tun, mal entspannen, weil die ganze Woche wieder Stress hin und her, nochmal wegen Wohnung und allem drum und dran. Überall Termine hin und her. Aber mal schauen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Bock auf die begrenzte Forschung? Freut ihr euch? Oder sagt ihr jetzt schon, dass ihr eh nicht spielen könnt? Schreibt es mal rein. Es ist, weiß ich nicht. Es ist, es ist halt, es ist halt, wie es ist. Sag mal mal so, wie es ist und dann ist es halt so. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mal gucken, wie wir es machen. Ciao.